Mr. Leopold Bloom aß mit Vorliebe die inneren Organe von Vieh und Geflügel. Er liebte dicke Gänsekleinsuppen, leckere Muskelmägen, gespicktes Bratherz, panierte, krossgeröstete Leberschnitten, gerösteten Dorschrohung. Am allerliebsten hatte er gegrillte Hammelnieren, die seinem Gaumen einen feinen Beigeschmack schwachduftigen Urins vermittelten. Nieren beschäftigten seine Gedanken, während er sich sacht in der Küche umherbewegte und ihr das Frühstück richtete auf dem bucklig verzogenen Tablett. Eiskalt waren Licht und Luft in der Küche, doch draußen überall linder Sommermorgen. Er bekam richtig etwas Appetit. Die Kohlen begannen sich zu röten. Noch eine Scheibe Brot mit Butter. Drei. Vier. Recht so. Sie mochte ihren Teller nicht zu voll. Recht so. Er wandte sich ab von dem Tablett, hob den Kessel vom Herdeinsatz und stellte ihn seitwärts aufs Feuer. Da hockte er, plump und vierschrötig, die Tülle vorgestreckt. Bald eine Tasse Tee. Gut. Trockener Mund. Die Katze umschritt steif ein Tischbein den Schwanz in der Höhe. Da bist du ja, sagte Mr. Blum, sich vom Feuer wendend. Die Katze maunzte eine Antwort und stagte wieder steif um ein Tischbein, maunzend. Just wie sie über meinen Schreibtisch stagt. Mr. Blum beobachtete neugierig, freundlich die geschmeidige schwarze Gestalt. Sauberer Anblick, der Glanz ihres glatten Fells, der weiße Knubbel unter dem Knauf ihres Schwanzes, die grünen, blitzenden Augen. Er bückte sich zu ihr hinab, die Hände auf den Knien. Milch für das Pussylein, sagte er. »Niau«, schrie die Katze, »die soll nun dumm sein. Dabei verstehen sie besser, was wir sagen, als wir sie verstehen. Die da versteht haarscharf alles, was sie verstehen will. Ist auch nachtragend. Möchte wohl wissen, wie ich so wirke auf sie. Hoch wie ein Turm? Nein, springt mir doch glatt auf die Schulter. »Angst vor den Hühnerchen hat sie«, sagte er spottend, »angst vor den kleinen Putt-Putt-Putz. Wer hat wohl schon mal so ein dummes Pussylein gesehen wie unser Pussylein hier?« Grausam auch, ihre Natur. Komisch, die Mäuse quieken nie, scheinen's wohl gar zu mögen. »Mrk-Niau«, machte die Katze laut. Sie blinzelte empor aus ihren gierigen, beschämt sich schließenden Augen, maunzte klagend und lang, ihm die milchweißen Zähne zeigend. Er beobachtete, wie die dunklen Pupillenschlitze sich vor Gier verengten, bis ihre Augen grüne Steine waren. Dann ging er zur Anrichte, nahm den Krug, den der Milchmann von Handlerns eben für ihn gefüllt hatte, goss sprudelwarme Milch auf eine Untertasse und stellte sie behutsam auf den Boden. »Narrr«, schrie die Katze hinlaufend, um zu lappen. Er betrachtete die Schnurrbarthaare, die drahtig leuchteten im schwachen Licht, als sie dreimal in die Milch tupfte und leicht schlägte. Ob das stimmt, dass sie nicht mehr auf Mäuse gehen können, wenn man sie ihnen kappt? Wieso eigentlich? Leuchten vielleicht im Dunkeln die Spitzen? Oder sind sowas wie Fühler im Dunkeln? Vielleicht. Er lauschte ihrem lappenden Schlecken. »Schinken und Eier? Nein, gibt keine guten Eier jetzt bei der Dürre. Es braucht reines, frisches Wasser dazu. Donnerstag auch für Hammelnieren kein guter Tag bei Buckley. Geröstet in Butter, ein Schuss Pfeffer. Lieber doch eine Schweinsniere von Lugatsch. Inzwischen kocht auch das Wasser. Sie lappte langsamer, schleckte die Untertasse dann rein. Wieso haben die eigentlich so raue Zungen? Zum besser schlecken, lauter poröse Löcher. Nichts da, was sie fressen kann? Er schaute sich um. Nein. In gedämpft knarrenden Stiefeln ging er die Treppe zum Flur hinauf, blieb vor der Schlafzimmertür stehen. Vielleicht hatte sie Appetit auf was Leckeres. Dünnes Brot mit Butter mag sie gern morgens. Das heißt, vielleicht. Gelegentlich immer mal. Er sagte sanft im kahlen Flur, »Ich gehe nur rasch um die Ecke, bin gleich wieder da.« Und als er seine Stimme, das hatte Sagen hören, fügte er hinzu, »Du möchtest nichts Besonderes zum Frühstück?« Ein schläfrig-schlaffes Grunzen antwortete, »Mmm.« Nein, sie mochte nichts Besonderes. Er hörte noch ein warmes, schweres Seufzen, schlaffer, als sie sich auf die andere Seite drehte und die losen Messingringe der Bettstadt klingelten. Muss die Dinger wirklich festmachen lassen. Ein Jammer. Von so weit her, von Gibraltar. Das bisschen Spanisch, was sie mal konnte, ist vollständig futsch. Möchte wohl wissen, was ihr Vater dafür ausgegeben hat damals. Ziemlich altmodisches Ding. Ah ja, natürlich. Auf der Gouverneursauktion gekauft. Hat's glatt für einen Pappenstiel gekriegt. Hart wie ein Nagel, wenn's ums Geschäft ging, der olle Tweedy. Jawohl, Sir, bei Plevner war das. Ich hab von der Pike aufgedient, Sir, und da bin ich stolz drauf. Aber dann hatte er doch auch wieder Grips genug, die Anlage in Briefmarken zu machen, damals. Also, da hat er ganz schön Weitblick gehabt. Seine Hand nahm den Hut vom Haken über dem schweren Überrock mit seinen Initialen und dem auf dem Fundbüro gebraucht gekauften Regenmantel. Briefmarken, Bildchen mit klebriger Rückseite. Also bestimmt haben auch massenhaft Offiziere da ihre Finger mit drin. Natürlich haben sie das. Die durchschwitzte Legende im Oberteil seines Huts unterrichtete ihn stumm. Plastos, prima Qualitätshuh. Er spähte rasch hinter das lederne Schweißband. Ein weißer Streifen Papier. Vollkommen sicher da. Auf der Türschwelle tastete er in seiner Gesäßtasche nach dem Hausschlüssel. Nicht da. Wohl in den Hosen, die ich ausgezogen habe. Brauch ihn aber. Die Kartoffel hab ich. Der Kleiderschrank knarrt. Lohnt nicht. Würde sie bloß stören. Hatte sich grad noch mal auf die andere Seite gedreht. Schläfrig. Er zog die Flurtür sehr behutsam hinter sich zu. Immer mehr. Bis die Fußlasche sich sanft über der Schwelle schloss. Ein schlaffes Lied. Sah aus wie geschlossen. Na gut, bis ich wiederkomme jedenfalls. Er ging auf die Sonnenseite hinüber, vermied die lose Kellerklappe von Nummer 75. Die Sonne näherte sich dem Glockenstuhl der Georges Church. Wird wahrscheinlich ein warmer Tag heute. Besonders in dem schwarzen Zeug spürt man's mehr. Schwarz leitet die Hitze. Ist ein Hitzereflektor. Oder heißt es Refraktor? Aber in dem hellen Anzug könnte ich ja nicht gehen. Ist ja schließlich kein Picknick. Die Lieder sanken ihm oft über die Augen, in aller Ruhe, während er in seliger Wärme dahinschritt. Bolands Brotwagen, der uns auf Platten unser Tägliches anliefert. Aber sie hat ja lieber welches von gestern. Knusprige Törtchen, heiße Hefezöpfe. Richtig jung fühlt man sich davon. Irgendwo im Osten, frühermorgen, Aufbruch bei Dämmerung, dann rundum immer vor der Sonne herreisen. Damit stiehlt man ihr einen ganzen Tag ab. Hielte man's ewig durch, würde man nie einen Tag älter. Rein technisch. An einem Strand dahin wandern, Fremdes Land an ein Stadttor kommen, Schildwache davor. Auch so ein alter Pikendiener des alten Tweedy großer Schnurrbart, lehnt auf einer langen Art von Speer, wandern durch Gassen, von Sonnensegeln überzeltet. Beturbante Gesichter gehen vorbei, dunkle Höhlen von Teppichläden. Ein großer Mann, Turco, der schreckliche, kreuzbeinig dasitzend, den Ringschlauch einer Wasserpfeife im Mund. Händler schreie er auf den Straßen, trinkt Wasser, duftend nach Fenchel, Scherbett. Den ganzen Tag so wandern, immer weiter. Man könnte einem Räuber begegnen oder zweien. Na schön, soll's sein. Weiter dem Sonnenuntergang zu. Die Schatten der Moscheen an den Pfeilern, Priester mit einer aufgerollten Schriftrolle. Entschauernder Bäume, Signal, der Abendwind. Ich schreite weiter. Blassender Goldhimmel. Eine Mutter spät aus ihrem Torweg. Sie ruft die Kinder heim in ihrer dunklen Sprache. Hohe Mauer. Jenseits gezupfte Seiten. Nacht, Himmel, Mond, Violett. Die Farbe von Mollis neuen Strumpfbändern. Seitenklang. Horch. Ein Mädchen spielt eins von diesen Instrumenten. Wie heißen sie doch? Hackbrett. Ich ziehe weiter. Wahrscheinlich ja kein bisschen so in Wirklichkeit. Irgend so ein Zeug bloß, was du mal gelesen hast. Auf den Spuren der Sonne. Der Sunburst auf dem Titelblatt. Aufgang des Glanzes. Er lächelte selbst zufrieden. Was Arthur Griffith von der Kopfleiste über den Freeman-Leitartikel sagte. Eine Home-Rule-Sonne, die im Nordwesten aus der Gasse hinter der Bank von Irland aufgeht. Er verlängerte sein zufriedenes Lächeln. Hat direkt ein bisschen was Itziges an sich. Home-Rule-Sonne, die im Nordwesten aufgeht. Er näherte sich Larry O'Rourke. Aus dem Kellergitter drang mattes Portergeplätscher herauf. Durch den offenen Eingang spritzte die Bar Rüche von Ingwer aus. Den Teestaub von Biskuitbrei. Gutes Haus, aber grad am Ende des Stadtverkehrs. Zum Beispiel McCorley da unten. Als Lage nichts wert. Wenn sie natürlich an der North Circular mal eine Tramlinie legten. Vom Viehmarkt bis zu den Kais. Dann ginge der Wert sofort ruckartig in die Höhe. Kalkopf über der Scheibengardine. Schlauer alter Knicker. Zwecklos den wegen einer Annonce zu löchern. Versteht sein Geschäft immer noch selber am besten. Weiß Gott, da steht er ja, unser Kecker Larry. Und wie er da lehnt an der Zuckerkiste, in seinen Hemdsärmeln und dem beschürzten Kuraten zusieht. Wie der da aufwischt mit Scheuerlappen und Eimer. Simon Daedalus kann ihn haargenau nachmachen mit seinen verdrehten Augen. Wissen Sie, was ich Ihnen sage? Was denn, Mr. O'Rourke? Ich sage Ihnen, die Japse, die können die Russen glatt zum Frühstück schlucken. Auf einen Sitz, sage ich Ihnen. Bleib stehen und sag irgendwas. Über die Beerdigung vielleicht. Traurige Sache, das mit dem armen Dignam, Mr. O'Rourke. Er bog in die Dorset Street ein und sagte frisch durch die Tür grüßend, Einen schönen guten Tag, Mr. O'Rourke. Einen Tag auch. Wunderschönes Wetter heute, Sir, kann man sagen. Wo kriegen die bloß das Geld her? Kommen als rothaarige Kuraten aus der finstersten Provinz. Leetrim etwa. Spülen Leergut und Rückstände im Keller. Und auf einmal, schau an, treiben Sie Blüten wie die Adam Findlaters oder Dan Talons. Man muss ja die Konkurrenz bedenken. Allgemeiner Durst. Wäre ein ganz schönes Geduldsspiel quer durch Dublin ohne an einer Kneipe vorbei. Viel sparen können Sie nicht. Höchstens bei den Besoffenen. Drei hin und fünf im Sinn. Aber was bringt das schon? Hier und da mal einen Schilling. Schnickschnack. Aber per en gros Bestellungen vielleicht. Macht man doppelten Reibach bei den Stadtreisenden. Komm, du mit dem Chef klar und wir teilen uns die Penunzen. Top! Auf wie viel käme sich das wohl im Monat beim Porter? Sagen wir doch mal zehn Fässer Ware. Sagen wir, er macht zehn Prozent. Nee, mehr. Zehn. Fünfzehn. Er kam an der St. Joseph vorbei. Bei der Volksschule. Einen Krach machen die Blagen. Fenster offen. Frische Luft stärkt das Gedächtnis. Oder ein lustiger Merkvers. A, H, B, C, D, F, G, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, U, V, W. Sind das Jungs? Ja. Inis Törk, Inis Schark, Inis Boffin haben Erdkunde. Meiner das Blumgebirge. Er blieb vor Dlugatsch's Schaufenster stehen und starrte die Ketten von Knackwürsten an. Bologneser, schwarz und weiß. Fünfzig multipliziert mit. Die Ziffern verblichen, ungelöst in seinem Geist. Missmutig ließ er sie schwinden. Die glänzenden Würstchen, prallgestopft aus Füllfleisch, näherten seinen Blick, und voll Ruhe atmete er den lauwarmen Hauch gekochten, würzigen Schweinebluts ein. Einer Niere entsickerten Blutstropfen auf den weidegemusterten Teller. Die letzte. Er stand am Ladentisch neben dem Mädchen vom Nachbarhaus. Wollte die sie etwa auch kaufen? Sie las die einzelnen Posten von einem Zettel ab in ihrer Hand. Rissig. Waschsoda. Und anderthalb Pfund Dennys Würstchen noch. Seine Blicke ruhten auf ihren kräftigen Hüften. Bunz, heißt er, möchte wissen, was der eigentlich macht. Seine Frau ist schon etwas ältlich. Frisches Blut. Verehrer nicht gestattet. Stramme Arme. Beim Teppichklopfen einmal auf der Wäscheleine. Die haut zu beim heiligen Georg. Und wie ihr der schiefe Rock schwingt bei jedem Schlag. Der frettchenäugige Schweineschlachter legte die Würste zusammen, die er mit fleckigen Fingern Würstchenrosa abgeschnippt hatte. Gesundes Fleisch, die da, wie eine steilgefütterte Ferse. Er nahm sich ein Blatt von dem Stoß zugeschnittenen Einwickelpapiers. Die Musterfarm im Kinneret am Seeufer des Tiberias. Kann ideales Wintersanatorium werden. »Moses Montefiore«, »dacht ich's doch, der«, »Bauernhaus, Mauer drumrum, verschwommen weidendes Vieh.« Er hielt das Blatt von sich ab. Interessant, las genauer, das verschwommen weidende Vieh auf raschelnder Seite. Eine junge weiße Ferse. Jene Morgengänge über den Viehmarkt, die Tiere muhend in den Verschlägen, gebrannt malte Schafe, flappend fallender Dung, die Züchter in grob genagelten Stiefeln stapfend durch die Spreu mit flacher Hand auf ein prallfleischiges Hinterviertel schlappend. Prima Qualität das hier. Ungeschälte Gärten in den Händen. Er ließ das Blatt schief sinken, geduldig, lenkte die Sinne ab und den Willen, brachte das sanft unterwürfige Starren zur Ruhe. Der schiefe Rock schwang Schlag um Schlag um Schlag. Der Schweineschlachter grapschte sich zwei Blatt von dem Stoß, wickelte ihr die Prima Qualitätswürstchen ein und zog eine rote Grimasse. »Das wär's, mein Fräulein«, sagte er. Sie reichte ein Geldstück, keck lächelnd dabei, das dicke Handgelenk ausgestreckt. »Dankeschön, mein Fräulein, und ein Schilling drei Pens zurück. Der Herr bitte?« Mr. Bloom zeigte rasch, um sie einzuholen und hinter ihr zu gehen, wenn sie langsam ging, hinter ihren schaukelnden Schinken. »Hübsch zu sehen, so als erstes am Morgen. Beeil dich, verdammt, Heu muss man machen, solange die Sonne scheint.« Sie stand draußen vor dem Laden im Sonnenschein und schlenderte lässig nach rechts. Er stieß einen Seufzer die Nase hinab. »Sie verstehen aber auch nie.« Sodarissige Hände, verkrustete Zehennägel auch, braunes Schulterkleid in Fetzen, schützt sie gleich doppelt. Die nagende Missachtung erglühte zu schwacher Freude in seiner Brust. Für einen anderen. Ein Schupo außer Dienst hat sie mal abgeknutscht in der Eccles Lane. Die mögen's, wenn ordentlich was dran ist, an einer. Prima Qualitätswürstchen. Ach bitte, Herr Wachtmeister, ich hab mich im Wald verlaufen. Drei Pens bitte. Seine Hand empfing die feuchte, weiche Drüse und ließ sie in eine Seitentasche gleiten. Dann holte sie drei Münzen aus der Hosentasche und legte sie auf die Stacheln der Gummiunterlage. Da lagen sie, wurden rasch gezählt und glitten rasch Scheibchen um Scheibchen in die Ladenkasse. »Vielen Dank, der Herr, beehren Sie mich bald wieder.« Ein Aufflack an gierigen Feuers aus Fuchsaugen dankte ihm. Er zog den Blick davon ab, nach einem Moment. »Nein, lieber nicht, bald wieder.« »Guten Morgen«, sagte er und wandte sich zum Gehen. »Recht guten Morgen auch, der Herr.« Keine Spur. Verschwunden. Was soll's auch. Er ging durch die Dorset Street zurück, lesend mit ernster Miene. »Agendat ne Time«, Pflanzergenossenschaft. Ankauf weiter sandiger Landstriche von der türkischen Regierung und Bepflanzung mit Eukalyptusbäumen. Hervorragend als Schattenspender, Brennmaterial und Bauholz. Apfelsinenheine und riesige Melonenfelder nördlich von Jaffa. Man zahlt 80 Mark und sie bepflanzen für einen ein Dunamland mit Oliven, Apfelsinen, Mandelbäumen oder Zitronen. Oliven billiger. Apfelsinen brauchen künstliche Bewässerung. Jedes Jahr kriegt man eine Sendung von der Ernte. Ihr Name wird auf Lebenszeit als Besitzer ins Vereinsbuch eingetragen. Kann zehn anzahlen und den Rest jährlich abstottern. Bleibt Treustraße 34, Berlin W15. Kommt nichts raus dabei. Aber eine Idee dahinter. Er betrachtete das Vieh, verschwommen in silberner Hitze, silbern bestaubte Olivenbäume, stille lange Tage, bloß ausputzen, reifen lassen. Oliven werden doch in Krugen verpackt, oder? Ich hab noch ein paar von Andrews. Molli hat sie ja ausgespuckt. Kennt den Geschmack jetzt. Apfelsinen in Seidenpapier, in Lattenkisten verpackt. Zitronen ebenfalls. Möchte wohl wissen, ob der arme Citron noch lebt in der St. Kevins Parade. Und Mastianski mit der alten Zitter. Nette Abende waren das damals. Molli in Citrons Korbsessel. Schön, sie anzufüllen. Kühle, wechselnde Frucht. Schön in der Hand an die Nüstern zu heben und ihren Duft zu schnuppern. Genauso schwerer, süßer, wilder Duft. Und das immer wieder, Jahr für Jahr. Sie erzielten auch hohe Preise, hat Meusel mir erzählt. A beautest place. Pleasant street. Viel Plaisir damals. Müssen ohne Makel sein, hat er gesagt. Wo sie so weit herkommen. Spanien, Gibraltar, Mittelmeer, von der Levante. Lattenkisten in Reihe und Glied am Kai in Jaffa. Irgendein Kerl hakt sie ab in einem Buch. Hafenarbeiter verladen sie in verdrecktem Baumwollzeug. Da ist ja der, wie heißt er doch gleich aus Dingsbums. Ein Tag. Sieht nicht her. Irgendwie doch ärgerlich, wenn man jemand bloß grad so weit kennt, dass man ihn grüßt. Also von hinten sieht er aus wie dieser norwegische Kapitän. Möchte wissen, ob ich den treffe heute. Wasserwagen. Wohl um den Regen herauszufordern. Wie im Himmel also auch auf Erden. Eine Wolke begann die Sonne zu bedecken. Ganz langsam. Ganz grau. Fern. Nein, doch nicht so. Ein unfruchtbares Land. Kahle Wüste. Vulkanischer See. Das tote Meer. Kein Fisch. Keine Vegetation. Tief eingesackt in der Erde. Kein Wind hat je seine Wellen gehoben. Graues Metall. Giftige, neblige Wasser. Schwefel, so nannten sie's, regnete nieder. Die Städte der Ebene. Sodom, Gomorra, Edom. Alles Totennamen. Ein totes Meer in einem toten Land. Grau und alt. Alt jetzt. Es hat die älteste Rasse geboren. Die erste. Ein krummes, altes Weib kam von Cassidy herüber. Ihre Hand hielt den Hals einer Nogginflasche gepackt. Das älteste Volk. Weit fortgewandert über die ganze Erde. Von Gefangenschaft zu Gefangenschaft. Sich mehrend, sterbend, stets sich neugebärend. Allüberall. Da lag es nun. Nun konnte es nicht mehr gebären. Tod. Eines alten Weibes, grau eingesackte Fotze der Welt. Trostlose Öde. Grauer Schauder versehrte sein Fleisch. Das Blatt in die Tasche feitend bog er in die Eccles Street ein, eilig nach Hause zu kommen. Kalte Öle schlüpften durch seine Adern, durchfröstelten sein Blut. Uralter umkrustete ihn wie ein Mantel von Salz. Ja. Und ich bin also jetzt hier. Morgenstunde, flau im Munde. Ungute Bilder, so früh. Bin mit dem linken Bein zuerst aus dem Bett gestiegen. Muss wieder mit den Sandowschen Übungen anfangen. Runter auf die Hände. Fleckige, braune Backsteinhäuser. Nummer 80 immer noch unvermietet. Wieso eigentlich? Taxwert doch bloß 28. Towers, Batters Bay, North, MacArthur. Wohnzimmer, Wohnzimmerfenster bepflastert mit Zetteln. Pflaster auf einem schlimmen Auge. Den feinen Teedunst riechen. Dampf von der Pfanne, zischende Butter. Nahe sein ihrem schwellenden, bettwarmen Fleisch. Ja. Ja. Flinkes, warmes Sonnenlicht kam von der Berkeley Road gelaufen, geschwind auf leichten Schuhen entlang dem erglänzenden Fußsteig. Läuft, es läuft, um sich mit mir zu treffen, ein Mädchen mit goldenem Haar im Wind. Zwei Briefe und eine Karte lagen auf dem Flurgoden. Er blieb stehen und sammelte sie ein. Mrs. Marion Bloom. Sein schnelles Herz verlangsamte alsbald seinen Schlag. Kühne Hand. Mrs. Marion. Paul D. Als er das Schlafzimmer betrat, schloss er halb die Augen und ging durch warmes, gelbes Zwielicht auf ihren zerzausten Kopf zu. Für wen sind die Briefe? Er sah nach. Malinga. Millie. Ein Brief für mich von Millie, sagte er sorgsam, und eine Karte an dich. Und ein Brief für dich. Er legte ihr Karte und Brief neben die Wölbung ihrer Knie auf die geköperte Bettdecke. Willst du das Rouleau hochhaben? Während er das Rouleau in sanften Rucken halb hochließ, bemerkte sein rückwärtiges Auge, wie sie einen Blick auf den Brief warf und ihn dann unter ihr Kissen steckte. Reicht das? fragte er sich umwendend. Sie war mit dem Lesen der Karte beschäftigt, auf den Ellbogen gestützt. Sie hat die Sachen gekriegt, sagte sie. Er wartete, bis sie die Karte beiseite gelegt und sich mit einem behaglichen Seufzer wieder in die Kissen geschmiegt hatte. Beeil dich mit dem Tee, sagte sie. Ich bin ganz ausgedörrt. Der Kessel kocht schon, sagte er. Aber er zögerte noch, um erst den Stuhl abzuräumen. Ihren gestreiften Unterrock, hingeworfene, schmutzige Wäsche. Er raffte alles zu einem Arm voll zusammen und legte es zu Füßen auf das Bett. Als er die Küchentreppe hinunterging, rief sie. Paul D., was? Brühe die Teekanne vorher aus. Natürlich schon am Kochen. Eine Feder von Dampf aus der Tülle. Er brühte die Teekanne aus, schwenkte sie, schüttete weg und tat vier volle Löffel Tee hinein, den Kessel dann schrägend, um Wasser einfließen zu lassen. Nachdem er sie zum Ziehen hingesetzt hatte, nahm er den Kessel fort, drückte die Pfanne flach auf die glühenden Kohlen und sah zu, wie der Klumpen Butter glitt und zerging. Während er die Niere auspackte, maunzte die Katze hungrig zu ihm auf. Gibt man ihr zu viel Fleisch, geht sie nicht mehr auf Mäuse. Angeblich fressen sie ja Schweinefleisch überhaupt nicht. »Koscher«, da, er ließ ihr das blutbeschmierte Papier hinfallen und senkte die Niere mitten in die aufzischende Butter. »Pfeffer«, er streute ihn durch seine Finger in kreisender Bewegung aus dem angeschlagenen Eierbecher. Dann schlitzte er seinen Brief auf und überflog Vorder- und Rückseite. »Dank«, »Neue Wollmütze«, »Mr. Coghlan«, »Picknick am Lock Owl«, »Junger Student, Blazes Boylons Strandmädchen.« Der Tee hatte gezogen. Er füllte seine eigene Schnurrbartasse, imitiertes Crown Darby, lächelte. »Von der tollen Millie zum Geburtstag«. Erst fünf war sie damals. Moment, nein, vier. »Ich hab ihr das Halsband aus unechtem Bernstein geschenkt, das sie dann zerriss.« »So was, gefaltete Stücke Packpapier in den Briefkasten zu stecken für sie.« Er lächelte beim Einschenken. »Oh, Millie Blum, du bist mein Schätzchen, du bist mir Tag und Nacht mein liebstes Spätzchen. Ich hab dich ohne einen einzigen Heller viel lieber als Katie Keough mit Küche und Keller.« Der arme alte Professor Goodwin, grässlicher alter Sonderling. Trotzdem ein höflicher alter Knabe war er, ja. Altmodische Art, wie er Molly immer vom Podium herunterdienerte. Der kleine Spiegel in seinem Zylinder. An dem Abend, wo Millie das Ding ins Wohnzimmer brachte. »Seht doch mal, was ich da im Professor Goodwins Hut gefunden habe.« Wir lachten alle. Sogar damals schon brach das Geschlecht in ihr durch. Keckes kleines Stück war sie. Er stach eine Gabel in die Niere und schlappte sie herum. Setzte dann die Teekanne auf das Tablett. Der Buckel darin knackte, als er es aufnahm. »Alles drauf? Brot und Butter? Vier? Zucker? Löffel? Ihre Sahne? Ja.« Er trug es die Treppe hinauf, den Daumen in den Teekannenhenkel gehakt. Die Tür mit dem Knie aufstupsend trug er das Tablett hinein und setzte es auf den Stuhl am Kopfende des Bettes. »Wie lange du wieder gebraucht hast?« sagte sie. Die Messingringe klingelten, als sie sich energisch aufrichtete, einen Ellbogen auf dem Kissen. Er blickte ruhig nieder auf ihren massigen Leib und zwischen ihre großen, weichen Peppen, die in ihrem Nachthemd zur Seite hingen wie ein Ziegenäuter. Die Wärme ihres hingekuschelten Körpers stieg in die Luft, sich mischend mit dem feinen Duft des Tees, den sie sich einschenkte. Ein streifend zerrissener Umschlag lugte unter dem eingedellten Kissen hervor. Schon im Begriff zu gehen, hielt er an, um die Bettdecke glatt zu streichen. »Von wem war denn der Brief?« fragte er. »Kühne Hand. Marion.« »Ach vom Beulern«, sagte sie, »er bringt das Programm vorbei.« »Was singst du denn?« »Hatschiderem mit J.C. Doyle«, sagte sie, »und love's old sweet song«. »Ihre vollen Lippen trinkend lächelten.« »Ziemlich schaler Geruch, den Weihrauch hinterlässt am nächsten Tag, wie fauliges Blumenwasser.« »Möchtest du vielleicht das Fenster ein bisschen aufhaben?« Sie schob eine Doppelscheibe Brot in den Mund und fragte, »um wie viel Uhr ist die Beerdigung?« »Um elf, glaube ich,« antwortete er, »hab noch keine Zeitung gesehen.« Ihrem Fingerzeig folgend nahm er ein Bein ihrer schmutzigen Schlüpfer vom Bett auf. »Nein?« Dann ein verdrehtes graues Strumpfband, geschlungen um einen Strumpf, zerknitterte glänzende Sohle. »Nein, das Buch!« Der andere Strumpf, ihr Unterrock. »Es muss runtergefallen sein«, sagte sie. Er tastete herum, hier und dort, »Voglio enon vorrei«, möchte wissen, ob sie das richtig ausspricht, »Voglio«, also im Bett jedenfalls nicht, muss runtergerutscht sein. Er bückte sich und hob die Bettgardine. Das Buch, heruntergefallen, spreizte sich an der Bauchung des orangenen Nachttopfs. »Zeig her«, sagte sie, »ich habe ein Zeichen reingelegt. Da ist ein Wort, wo ich dich fragen wollte.« Sie schlürfte einen Schluck Tee aus ihrer Tasse, die sie nicht hänkelig umfasst hielt, und nachdem sie sich flink die Fingerspitzen an der Bettdecke abgewischt hatte, begann sie, den Text mit der Haarnadel abzusuchen, bis sie auf das Wort stieß. »Mit ihm was«, fragte er. »Hier«, sagte sie, »was bedeutet das?« Er beugte sich nieder und las neben ihrem polierten Daumennagel, »Metempsychose«. »Ja.« »Wie sieht der Kerl im Hemd aus?« »Metempsychose«, sagte er, die Stirn ihn falten. »Das ist griechisch, aus dem Griechischen. Es bedeutet die Transmigration der Seelen.« »Ach, du dickes Ei«, sagte sie, »kannst du das nicht noch etwas schwieriger erklären?« Er lächelte. Ein Seitenblick streifte ihr spöttisches Auge. Dieselben jungen Augen. Die erste Nacht nach den Scharaden. Dolphins Barn. Er wandte die speckigen Seiten um. Ruby, der stolz der Arena. Hallo! Eine Abbildung. Wilder Italiener mit Kutscherpeitsche. Muss wohl dieser Ruby sein. Der Stolz. Er auf dem Boden da. Nackt. Betttuch freundlich gestellt. Der Unhold Maffei ließ von seinem Opfer und schleuderte es mit einem Fluche von sich. Überall Grausamkeit dahinter. Gedobte Tiere. Am Trapez im Hängler. Hab wegsehen müssen. Pöbel gaffend. Brecht euch den Hals und wir lachen uns tot. Ganze Familien. Immer man jung entbeint, dann können sie mit dem Psychose. Dass wir weiterleben nach dem Tod. Unsere Seelen. Dass eines Menschen Seele, wenn er stirbt. Dignams Seele. »Bist du durch damit?«, fragte er. »Ja«, sagte sie, »steht nichts Deftiges drin. Ist sie eigentlich die ganze Zeit in den ersten Kerl verliebt?« »Hab's nie gelesen. Willst du ein anderes? Ja, hol mir wieder eins von Paul de Coq. Der hat seinen hübschen Namen.« Sie goss sich Tee nach in ihrer Tasse, betrachtete den Strahl von der Seite. »Muss das Buch aus der Capel Street Bücherei verlängern lassen, sonst reklamieren sie garantiert bei Kearney, meinem Bürgen.« »Reinkarnation«, das ist das Wort. Manche Leute glauben, sagte er, dass wir nach dem Tode in einem anderen Körper weiterleben, dass wir vorher auch schon gelebt haben. Sie nennen das »Reinkarnation«, dass wir alle schon vor Tausenden von Jahren auf Erden gelebt haben oder auf einem anderen Planeten. Sie sagen, wir haben es nur vergessen. Manche behaupten, sie erinnern sich sogar an ihr früheres Leben. Die schlierige Sahne wandt sich in gerinnenden Spiralen durch ihren Tee. Sie lieber doch wieder an das Wort erinnern, mit dem Psychose. Am besten ein Beispiel. Ein Beispiel. »Das Bad der Nymphe über dem Bett«, Gratisbeilage zur Osternummer der Photobits, herrliches Meisterwerk in künstlerischen Farben, Tee bevor man Milch hineintut. Nicht unähnlich ihr, wenn sie ihr Haar gelöst hat, schlanker nur. Drei, sechs hat der Rahmen mich gekostet. Sie fand, es würde nett aussehen über dem Bett. Nackte Nymphen. Griechenland. Und zum Beispiel alle Leute, die damals lebten. Er blätterte die Seiten zurück. »Methempsychose«, sagte er, »ist der Ausdruck, den die alten Griechen dafür hatten. Sie glaubten, man könnte zum Beispiel in ein Tier oder einen Baum verwandelt werden. Was sie Nymphen nannten zum Beispiel. Ihr Löffel hörte auf, den Zucker umzurühren. Sie starrte vor sich hin, Luft holend durch ihre gewölbten Nüstern. »Das riecht doch verbrannt hier«, sagte sie, »hast du was auf dem Feuer gelassen?« »Die Niere«, schrie er jäh. Er stopfte ungestüm das Buch in seine Innentasche und eilte mit den Zehen gegen die kaputte Kommode stoßend hinaus, dem Geruch entgegen, stapfte hastig die Treppe hinab mit den Beinen eines ängstlich erregten Storchs. Beißender Qualm schoss in wütendem Strahl von der einen Seite der Pfanne auf. Indem er eine Zinke der Gabel unter die Niere grub, löste er diese und drehte sie wie eine Schildkröte auf den Rücken. Bloß ein bisschen angebrannt. Er stieß sie aus der Pfanne auf einen Teller und ließ den kerglichen Rest braunen Fleischsafts darüber tröpfeln. Jetzt eine Tasse Tee. Er setzte sich nieder, schnitt sich eine Scheibe vom Brotlaib ab und bestrich sie mit Butter. Er schor das angebrannte Fleisch herunter und warf es der Katze hin. Dann schob er eine Gabel voll in den Mund und kaute mit Bedacht das schmackhafte, geschmeidige Fleisch. Gerade richtig, einen Mund voll Tee. Dann schnitt er sich ein paar Brotwürfel, stippte einen in den Saft und schob ihn in den Mund. Was war das gewesen? Ein junger Student und ein Picknick? Er strich den Brief neben sich glatt und las ihn langsam, während er kaute. Einen weiteren Brotwürfel in den Saft stippte und ihn zum Munde hob. Diebstes Papilein Vielen, vielen Dank für das wunderschöne Geburtstagsgeschenk. Es passt mir herrlich. Alle sagen, ich bin die Schönste jetzt mit meiner neuen Wollmütze. Mamis wunderschöne Schachtel Sahnebonbons habe ich auch bekommen und schreibe ihr noch. Sie sind wunderschön. Ich schwimme jetzt langsam weiter nach oben im Fotogeschäft. Mr. Coghlan hat eine Aufnahme von mir gemacht und Mrs. will sie schicken, wenn sie entwickelt ist. Gestern war riesig Betrieb hier. Ganz fantastischer Tag und die ganzen dickhacksigen Trinen kamen rein. Montag wollen wir mit ein paar Freunden zum Lock Owl und da ein duftes Picknick machen. Grüß, Mami, ganz lieb von mir und dir selbst einen dicken Kuss und nochmals vielen Dank. Unten sind sie am Klavierspielen gerade. Samstag soll im Gravel Arms ein Konzert sein. Es gibt hier einen jungen Studenten, der manchmal abends vorbeikommt. Er heißt Bannon und seine Vettern oder sonst was sind stinkfeine Leute und der singt Boilerns, also jetzt hätte ich doch beinahe Blazes Boilerns geschrieben, Lied über die Strandmädchen. Sag ihm, die tolle Millie lässt ihn ganz artig grüßen. Muss jetzt Schluss machen und hab dich ganz lieb, deine zärtliche Tochter, Millie. PS, entschuldige die schlechte Schrift, bin in Eile. Tschüss, M. Fünfzehn geworden gestern. Komisch. Zugleich auch der fünfzehnte des Monats. Ihr erster Geburtstag, wo sie nicht zu Hause ist. Trennung. Entsinn mich noch, der Sommermorgen, an dem sie geboren wurde. Ich bin wer weiß wie gelaufen, um Mrs. Thornton in der Denzel Street herauszuklopfen. Formoses altes Weibchen, muss einen ganz schönen Klump Babys auf die Welt befördert haben. Sie wusste gleich vom ersten Moment an, dass der arme kleine Rudy nicht am Leben bleiben würde. Nun, was Gott tut, das ist wohlgetan, Sir. Sie wusste es sofort. Er wäre elf jetzt, wenn er am Leben geblieben wäre. Sein leeres Gesicht starrte bedauernd auf das Postskriptum. Entschuldige die schlechte Schrift. In Eile. Unten Klavierspielen gerade. Sie kriecht aus ihrem Schneckenhaus. Krach mit ihr im Excel-Café wegen dem Armband. Wollte partout ihren Kuchen nicht essen, nicht sprechen, nicht aufsehen. Schnippisches Ding. Er stippte weitere Brotwürfel in den Fleischsaft und verzehrte die Niere Stück um Stück. Zwölf sechs die Woche. Nicht gerade viel. Trotzdem könnte ihr schlechter gehen. Bühne der Music Hall. Junger Student. Er nahm einen Schluck von dem kühleren Tee, um seine Mahlzeit herunterzuspülen. Dann las er den Brief noch einmal. Zweimal. Ach was. Sie weiß schon auf sich aufzupassen. Aber wenn nicht? Nein, es ist noch nichts passiert. Könnte natürlich aber. Das muss man abwarten, in jedem Fall. Ganz schön leckere Happen geworden. Er lächelte mit beunruhigter Zuneigung zum Küchenfenster hinüber. Der Tag damals. Ich erwischte sie auf der Straße, wie sie sich in die Backen knifft, damit sie rot wurden. Anämisch ein bisschen. Er hat zu lange Milch gekriegt, auf der Irins King damals rund um den Kisch. Verdammter alter Kahn mit seinem Geschlinger. Aber kein bisschen bange sie, ihr blassblaues Umhängetuchlose im Wind wie ihr Haar. So viel Locken und Krübchen backen, da kann einen Glattjahr der Schwindel packen. Strandmädchen. Strandmädchen, zerrissener Umschlag, die Hände in den Hosentaschen, ein Droschkenkutscher singend, hat seinen freien Tag. Freund der Familie, der Schwindel, sagt er. Pier mit Lampen, Sommerabend, Kapelle. Die Mädchen, ja, die Mädchen, ja, die reizenden Mädchen vom Strand. Auch Millie, junge Küsse, der erste, lange schon vergangen. Mrs. Marion, lesend auf dem Rücken liegend jetzt, die Strähnen zählend ihres Haars, lächelnd, flechtend. Eine leichte Wallung bedauern lief ihm über den Rücken nieder, sich verstärkend. Passiert ja doch einmal, verhindern zwecklos. Lässt sich nichts machen dagegen, süße, lockere Mädchenlippen. Passiert unweigerlich auch. Er fühlte, wie die Wallung ihn überwältigte. Zwecklos, jetzt was dagegen zu tun. Geküsste Lippen, küssend geküsst. Volle, klebrige Frauenlippen. Doch besser, wo sie ist, dort unten. Weg. Muss Beschäftigung haben. Braucht einen Hund zum Zeitvertreib. Eigentlich könnte ich ja mal runterfahren. Bankfeiertag im August. Bloß zwei, sechs, die Rückfahrkarte. Aber noch sechs Wochen bis dahin. Könnte vielleicht ein Presse freischein. Oder durch McCoy. Die Katze hatte sich das ganze Fell geputzt und kehrte nun zu dem fleischfleckigen Papier zurück, schnüffelte daran und stagte zur Tür. Sie blickte sich nach ihm um und maunzte. Will raus. Warte vor einer Tür. Sie geht manchmal auf. Lass sie warten. Hat den Zappel. Elektrisch. Gewitter in der Luft. Hat sich auch die Ohren ausgeputzt eben. Den Rücken zum Feuer. Er hatte ein Gefühl der Schwere. Fülle. Dann spürte er, wie sich seine Eingeweide sanft lösten. Er stand auf und öffnete den Gurt seiner Hose. Die Katze maunzte ihn an. Miau, gab er zur Antwort. Warte, bis ich fertig bin. Schwere. Wird ein heißer Tag. Zu viel Mühe, extra nach oben zu kraxeln, die Treppe rauf. Eine Zeitung. Er las gern beim Stuhlgang. Hoffentlich kommt nicht irgend so ein Affe vorbei und klopft, wenn nicht grad. In der Tischschublade fand er eine alte Nummer der Titbits. Er faltete sie unter die Achsel, ging zur Tür und öffnete sie. Die Katze sprang in weiten Sätzen die Treppe hinauf. A wollte also nach oben, sich zusammenrollen auf dem Bett zu einem Ball. Er lauschte und vernahm ihre Stimme. Komm. Komm, Pussy. Komm. Er ging durch die Hintertür hinaus in den Garten, blieb stehen, dort zum Nachbargarten hinüber zu lauschen. Kein Laut. Vielleicht hängt sie Wäsche auf zum Trocknen. Oder sitzt irgendwo. Marichen saß auf einem Stein, einem Stein, einem Stein. Schöner Morgen. Er bückte sich, um eine spärliche Reihe Grünminze zu betrachten, die an der Mauer wuchs. Hier eine Laube bauen, türkische Feuerbohnen, wilder Wein. Brauchte mal Dünger das ganze Gelände, schäbiger Boden. Eine Lage Schwefelleber. Jeder Boden wird so ohne Düngung. Spülwasser. Spülwasser. Lehm. Aber was ist das eigentlich? Die Hühner im Nachbargarten. Was sie fallen lassen, ist sehr gut als Kopfdüngung. Am besten aber das Vieh. Besonders wenn mit Ölkuchen gefüttert. Strommist. Bestes Mittel, um Damen-Glacé-Handschuhe zu reinigen. Dreckiges Säubert. Asche ebenfalls. Das ganze Gelände kultivieren. Erbsen ziehen in der Ecke dort. Salat. Immer frisches Gemüse dann. Trotzdem, Gärten haben auch ihre Schattenseiten. Diese Biene oder Schmeißfliege hier am Pfingstmontag. Er ging weiter. Wo ist übrigens mein Hut geblieben? Muss ihn doch wieder auf den Haken getan haben. Oder er hängt oben im ersten Stock. Komisch. Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Die Flurgarderobe viel zu voll. Vier Schirme, ihr Regenmantel. Ich hob grad die Briefe auf. Dragos Ladenglocke schellte. So ein Zufall grad in dem Moment, dachte ich ebenfalls. Braunes pomadiges Haar über seinem Kragen. Hat es grad vorher waschen und frisieren lassen. Möchte wissen, ob ich noch Zeit für ein Bad hab heute Morgen. Tara Street. Der Bursche an der Kasse hat James Stevens fortgebracht, heißt es. O'Brien. Tiefe Stimme hat der Kerl. Lugatsch. Agenda und wie weiter? Das wär's, mein Fräulein. Ist scharf auf sie. Er stieß die gebrechliche Tür des Abtritts auf. Bloß achtgeben, dass mir die Hose hier nicht dreckig wird für die Beerdigung. Er ging hinein, beugte den Kopf unter den niedrigen Oberbalken. Die Tür halb offenlassend löste er inmitten des Gestanks von modriger Kalktünche und Schalenspinnweben seine Hosenträger. Bevor er sich niederließ, spähte er durch eine Ritze zum Fenster des Nachbarhauses hinauf. Da kam ein junger Königssohn, Königssohn, Königssohn. Kein Mensch. Auf dem Kackstuhl hockend entfaltete er seine Zeitung und schlug auf den entblößten Knien die Seiten um. Irgendwas Neues und Leichtes. Keine große Eile. Ruhig noch ein bisschen zurückhalten. Unser Preisausschreiben. Der Leckerbissen der Woche. Matchems Meisterstreich. Von Mr. Philip Beaufoy. Playgoers Club London. Honorar in Höhe von einer Ginepro-Spalte wurde an den Verfasser überwiesen. Dreieinhalb. Drei Pfund drei. Drei Pfund dreizehn sechs. In Ruhe las er seinen Drang noch unterdrückend die erste Spalte und begann schon nachgebend, doch mit Widerstreben noch die zweite. Auf ihrer Mitte angelangt, gab er seinen letzten Widerstand auf und erlaubte seinen Eingeweiden, sich zu erleichtern, ganz so gemächlich, wie er las und immer noch geduldig lesend, die leichte Verstopfung von gestern ganz verschwunden. Hoffentlich ist's nicht zu groß, geht's sonst mit den Hämorrhoiden wieder los. Nein, gerade richtig, so, ah! Bei Hartleibigkeit eine Tablette Cascara Sagrada. Könnte alles im Leben so. Es bewegte oder berührte ihn nicht weiter, aber es war etwas Flottes und Sauberes. Drucken jetzt praktisch alles. Saure Gurkenzeit. Er las weiter, gelassen über seinem eigenen aufsteigenden Geruch sitzend. Bestimmt eine saubere Sache. Mercham denkt noch oft an den Meisterstreich, durch welchen er die lachende Hexe gewann, die nunmehr fängt moralisch an und hört auch so auf. Hand in Hand. Gar nicht schlecht. Er überflog noch einmal, was er gelesen hatte, und während er ruhig sein Wasser abfließen fühlte, beneidete er freundlich Mr. Beauvoy, der das geschrieben und drei Pfund 13,6 Honorar dafür bekommen hatte. Könnte ich vielleicht auch hinkriegen, so eine Skizze von Mr. und Mrs. L. M. Bloom. Warum? Einfach erfinden, eine Geschichte auf irgendein Sprichwort, bloß welches. Damals, wie ich immer versucht habe, mir auf die Manschette zu kritzeln, was sie so alles sagte beim Anziehen. Zusammen anziehen sich, das finde ich grässlich, hatte mich beim Rasieren geschnitten. Sie biss sich auf die Unterlippe, als sie den Schlitz ihres Rocks zuhaakte. Genau nach Zeit, sie notiert. 9.15 Uhr. Hast du von Roberts schon dein Geld gekriegt? 9.20 Uhr. Was hatte Greta Conroy eigentlich an? 9.23 Uhr. Also wozu habe ich mir bloß diesen Kamm gekauft? 9.24 Uhr. Ich glaube, ich bin ganz aufgeblasen von dem Kohl. Ein Staubfleck auf dem Lackleder ihres Stiefels. Wie sie sich munter den Schuhrand an ihrer Strumpfwade rieb. Immer abwechselnd, den einen, den anderen. Am Morgen nach dem Wohltätigkeitsball, wo Mays Tanzkapelle gespielt hatte, Ponchellis Tanz der Stunden. Ihr den erklärt, die Morgenstunden, Mittag. Wie dann der Abend naht, dann die Nachtstunden. Ihr Zähneputzen. Das war die erste Nacht. Ihr Kopf tanzte. Ihre Fächerstäbe klickten. Steht sich dieser Beulen eigentlich gut? Er hat Geld. Wieso? Och, mir fiel auf, dass sein Atem gut roch beim Tanzen. Zwecklos da noch weiter zu hmmmen. Direkt drauf anspielen. Merkwürdige Musik, das gestern Nacht. Der Spiegel lag im Schatten. Sie rieb ihren Handspiegel energisch an ihrer Wolljacke, an ihrem vollen, wogenden Busen. Schaute hinein. Fältchen um die Augen. Irgendwie wollte es nicht klappen. Abendstunden, Mädchen in grauem Flor. Nachtstunden dann, schwarz, mit Dolchen und Augenmasken. Poetische Idee. Rosa, dann golden, dann grau, dann schwarz. Aber lebenswar auch. Tag, dann die Nacht. Er riss scharf die halbe Preisgeschichte ab und wischte sich damit. Dann gürtete er sich die Hosen hoch, legte die Träger über und knöpfte sich zu. Er zog die ruckige, wackelige Tür des Abtritts auf und trat aus dem Dunkel hinaus an die Luft. Im hellen Licht, erleichtert und gekühlt an Leib und Gliedern, beäugte er sorgfältig seine schwarzen Hosen, die Enden, die Knie, die Kniekehlen. Wann ist die Beerdigung? Lieber noch in der Zeitung nachsehen. Ein Knarren und dunkles Schwirren hoch in der Luft. Die Glocken der Georges Church. Sie schlugen die Stunde. Lautes, dunkles Eisen. Hei ho, hei ho, hei ho, hei ho, hei ho, hei ho. Viertel vor. Da wieder. Der Oberton folgte durch die Luft. Terz. Armer Dickener. Ne eigens. Nase. Untertitelung. Vielen Dank.